... Das ist okay. Ich komme mit mir... Wie lange ich mich jetzt anziehen? Ich gehe mit mir, aber ich nehme schon ! Ich bin ein ganz gut. Es sind die 16-jährige Trainer, wo ich Regisse, dass die Kinder seine Leben haben, und sie wollen sich darüber включieren und sein zu diesem Leben. Ich bin ein bisschen in der ersten Zeit. Ich bin ein bisschen und ich mich auf! Ehm, fünf Minuten. Für die Egleein sehr wichtig ist das ist das Biodiversum. Ich bin ein Mama, das ist das ich, was ich das? Ich bin 16 Jahre alt, aber noch nicht so wie ich es hier zu sagen. Wie ich mich auf die Faxi? Evo vidiš, u Igrici upravo i učin kao skuditi špagete. Ja, teorija je jedna, a praks je druga. Ugledaj se na majze, on je 14. godina znala sve lukite. A, we dragi, u našem Rime sve je zgoldo, kad ćemo. Gdje smo imali računala, a gramuli mobitele. Tako je. A, ovo su imamo pričeni roditelji koji su dobili svoje prvo dite, i ta situacija sada izgleda ova. U, učine, što gdješ da plaće? U, učine, neprisno, neprisno. A možda? A možda kakana? A če je možda? A možda je hladno? A možda je hladno? A ne, sam dačini nešto. Kaj? A ne, sam dačini nešto. Kaj? A ta situacija mi puno pa gleda. O, kada je jedin, zloži domo. Zloži domo. Evo, evo. I, druža zbroj. Bravo, djete! Bravo, djete! Pozdrav! Pozdrav! Uslu. I, kako, pokodite vas? U istoj prostoriji nalazi se u četvih sina i majka Usija. Četvih sina nezgira po godicama. O, Tome trinut, kohd das ist ein Papa, Anan, und wie ich in die Nühle geografisch bin? Joj, Kristinica moja, fass die Garsam! Wede 50. netjes, gottet mich, sef ist noch immer in die Technologie. Wir schauen uns an moderne Leitungen. Joj, Baka, u današnje Zeit, der Leben ist ohne Mobilität, es einfach nicht aus dem Gedanken zu vorstellen. Ach, brauche ich, doch, Technologie, Ha, du zuh, du zuh? Du verstehst du, heute ist es zu dir. Heute ist es dir, du hast du dir schon mal über Internet. E, du hast du schon mal einen E-mail zu senden. Majka, du kannst du dich mal auf die Rechnung des Karten zu besuchen. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Majka, du bist du nicht mal auf die Rechnung. Du bist du schon mal auf mich. Du bist du schon mal auf die Rechnung des Karten zu. Du bist du schon mal auf die Rechnung des Karten zu. Genau. Insofern, aus Wunscher, das wir können wir, wenn sie in dem Moment mehr erfahren können mit dem Amst du der Zeit mit unserem Land genießen. Ich danke dir! Frau Wollin! Tomislav Tomašić ist ein Krematschiger, für sie ist eine gute Aufmerksamkeit. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich bin ein bisschen zu sehen. Ich bin ein bisschen zu sehen. Ich bin ein bisschen zu sehen. Dennis, was du denkst? Ja, das ist gut. Tomislav hat er sich mit seinem Niveau zu verabschieden, und nach dem, und nach dem, und nach seinem Leben zu verabschieden, und nach seinem Leben zu verabschieden. Das ist gut. Er 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 ist gut.